Oh mein Gott Alter, das war so schwer jetzt Ich wurde gerade von einem 8-Jährigen so hart auseinandergenommen Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video Hier auf dem Kanal der Scorpion Plays Nein Leute, ich bin nicht tot, ich habe mir nur ein bisschen Urlaub gegönnt Und ich will heute unbedingt was ausprobieren, das will ich schon sehr lange ausprobieren Und zwar werde ich heute auf der Nintendo Switch Fortnite spielen Und wir werden da gemeinsam gucken, ob die Gegner da wirklich so schlecht sind Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hast du eine Switch, Marcel? Ja, vor einem Monat kam ja Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli raus Und ich habe mir natürlich Let's Go Pikachu geholt Und hatte dann halt von ein paar Stunden durchgespielt Und jetzt habe ich zum Geburtstag von Sony folgendes bekommen Den Switch Pro Controller Und da dachte ich mir, hm, jetzt musst du es eigentlich mal ausprobieren Natürlich keine Scarf Pelze oder so am Start, das ist natürlich belastend Aber wir gucken jetzt mal, was für Gegner treffen wir in Fortnite auf der Nintendo Switch Damit habt ihr schon die Black Ops 3 Videos auf der Wii U so gefeiert Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schon mal ein Like smasht für das Experiment Und wir gucken uns mal gemeinsam an, was für Lobbys wir hier finden Let's Go! So Leute, bevor das Experiment weitergeht, habe ich eine kleine wichtige Frage an euch Und zwar habt ihr früher zufällig ein Sammelkartenspiel gespielt, Leute Also ich habe mir dieses Magic Booster Display hier neulich gekauft Und zwar einfach nur, ich spiele es nicht mal mehr aktiv Weil ich es liebe, Packs zu öffnen Ich habe jetzt hier irgendwie noch 30 Stück drin oder so Habe heute schon ein bisschen angefangen, das zu öffnen Und wie das 6 alles will, kam Loot Boy zu mir Weil ich das Thema Packs öffnen so liebe Und hat was für euch vorbereitet Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an So Leute, ich bin jetzt hier auf der Loot Boy Homepage gelandet Das Ganze gibt es selbstverständlich auch für mobile Geräte Wie zum Beispiel mit Google Play oder mit dem App Store Also das heißt, ihr habt es auf Android und auf Apple natürlich auch verfügbar Ich finde, das sieht sogar ein bisschen besser aus als im Browser Aber ich kann es euch im Browser einfach besser zeigen für die Aufnahme Ihr findet das Ganze natürlich in der Videobeschreibung Und wir können jetzt gemeinsam auch einen Code einlösen Den könnt ihr selbst auch verwenden Und zwar der Code Happy New Year Das tragen wir mal gemeinsam ein Happy New Year Das passt natürlich gut, weil morgen Silvester ist Und zack, erfolgreich Da haben wir eine Belohnung bekommen Und zwar in Form von Goldmünzen Und wir öffnen jetzt einfach mal hier unser Gratis Booster Das haben wir nämlich noch, gratis holen Das Ganze funktioniert halt so Man öffnet die Packs und hat dann verschiedene Inhalte für verschiedene Spiele Und wir gucken uns gleich mal ein ganz besonderes Pack an Auf dem ich sogar abgebildet bin Und wir öffnen jetzt erstmal unseren ersten Gratis Loot Okay So, und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Man hat hier Lol, ich habe das direkt bekommen What the hell Das ist einfach ein 100 Euro Gutschein auf dem Gaming Monitor beispielsweise Es sind auch ganz häufig Dinge wie Computervollversionen mit dabei Das heißt, ihr habt da quasi die Möglichkeit für wenig Geld viel zu bekommen Die Packs kosten auch nicht viel Wir gucken uns das mal an Ihr seht das hier zum Beispiel 99 Cent, 99 Cent Und wir suchen jetzt ein ganz spezielles Pack Und zwar dieses hier Leute Wir haben hier sogar Massi drin Wir haben Anton drin und mich Das heißt, man kann hier sogar gewinnen mit mir zu zocken Also man kann hier einiges gewinnen Und dieses Pack kostet 99 Cent Und da gucken wir jetzt auch mal gemeinsam rein, was wir da kriegen Vielleicht haben wir ja Glück Zack Zum Zahlungsprozess Ich mache das Ganze mit Paypal Zack So, jetzt habe ich das über Paypal gekauft Ich habe es wirklich selber gekauft Also nicht falsch verstehen Und wir öffnen jetzt das Blackout Royale Pack Let's go Okay, wir haben hier eine Vollversion von Streetfighter am Start So, wir sind jetzt in unserem Inventar gelandet Dafür klickt man einfach hier unten auf Inventar Und jetzt haben wir die ganzen Sachen, die wir gerade gezogen haben Zum Beispiel eine Vollversion für den PC hier Hier haben wir sogar was für Nitrado-Server Wer das noch kennt Das war bei Minecraft War das immer früher Da hatte ich auch einen Server gehabt zum Beispiel Also es gibt hier ganz viele verschiedene Sachen, die man ziehen kann Ich würde sagen, komm, eins ziehen wir noch hier So, okay Jetzt öffnen wir das mal Was kriegen wir? Boah, da ist sogar Rocket League dabei Das ist echt nice Und wir kriegen hier auch noch Goldmünzen für die Seite an sich Also Leute, ich denke mal, ihr seht, wie das funktioniert Richtig, richtig stabiles Zeug bekommt man Dafür wenig Geld, Freunde Checkt den Link in der Videobeschreibung gerne mal ab Und jetzt geht das Experiment weiter Viel Spaß damit Let's go So Leute, nicht wundern Sony hat mir zwischenzeitlich die Haare geschnitten Ihr seht das vielleicht hier Und deswegen sehe ich ein bisschen anders aus Als in der Aufnahme von eben gerade Apropos anders aussehen, Leute Guckt mal bitte, wie das hier aussieht Also ihr seht Ich hoffe, ihr seht, wie wenig FPS das hat Es ist so laggy Das ist krank 7, 6, 5, 4, 3 Also Leute, es ist komplett Es ist eine andere Welt als auf dem PC Oder auf der anderen Konsole Und das Lustige ist noch Wie ich jetzt einrichten muss Dass ich Gamesound habe Und ihr Gamesound habt Das war wirklich Wissenschaft Ich glaube, ich müsste jetzt irgendwo bei einem Atomkraftwerk Als, keine Ahnung, Aufpasser anfangen So, ich würde sagen Wir starten jetzt mal rein Hier auf der Nintendo Switch In eine Runde Fortnite Ja, ich würde sagen Ehrenbruder Shifty Kann man sich ruhig mal gönnen Nach der Zeit hier Die ich nicht gespielt habe Mal wieder da vorbeizufahren Alles klar Ich drücke hier alles falsch Man muss hier auch ein paar Knöpfe Einfach anders drücken als zuvor Das werde ich euch vielleicht gleich noch zeigen können Zum Beispiel wenn man im Inventar etwas ändert Dann ist es anders Und deswegen gucken wir einfach mal Wie diese Runde jetzt hier läuft Das ist sozusagen Also das ist mangelhaft Wirklich Das ist wie das aussieht Das ist mangelhaft Wie das lag Das ist mangelhaft Aber man könnte vielleicht eine lustige Kleine Serie draus machen Für die Leute, die sich jetzt fragen Warum Fortnite Ich wollte einfach mal für euch testen Weil ich eben die Switch gekauft habe Und deswegen Gucke ich einfach mal So, wir gucken jetzt mal Wir landen jetzt hier Eieiei Geil Schon mal nichts da Bessere anfangen Kann ich mir nicht vorstellen Ich finde man hört den Game Sound Etwas besser als am PC Das habe ich schon gemerkt Warum auch immer Man könnte ja meinen Es ist andersrum Aber ist es nicht Und ich frage mich auch manchmal Ich habe schon ein paar Ründchen halt gespielt Wie die Gegner einen so schnell töten können Weil ich nicht checke Wie die einen überhaupt sehen In der Zeit Also ihr seht schon Jetzt muss ich hier mit A Das Inventar theoretisch ändern Um jetzt hier die AR Auch zu wenig geilen Hier sind nur graue ARs Beste Beste Leben Alter Sind hier noch irgendwas anderes Wir nehmen diese Runde einfach komplett Wir machen jetzt gar nicht viele Cuts oder so Das habt ihr euch bei den Fortnite Videos Ehemann nicht so gewünscht Das weiß ich doch Es ist schon wieder lange her Dass ich das letzte Fortnite Video gemacht habe Dementsprechend Ja, sieht das halt auch aus Okay Also es ist schon Allein dass ich keinen Scuff habe Frustriert natürlich schon krass Weil Das Springen Auf die Art und Weise Wie ich es halt machen muss Ist natürlich schon belastend Und das Bauen sowieso Also wenn ich jetzt ins Baumenio gehe Muss ich halt so machen Zack Aber es klappt noch einigermaßen Gut Das habe ich schon mal ein bisschen ausprobiert Ist hier eine Kiste drin? Kiste? Ne Okay Also bis jetzt ist hier noch wenig los Ach hier kann man einen Slaper kaufen Für wie viel? 300 Holz oder was? Ja 300 Holz Ja das könnte man fast mal investieren Wir gucken mal kurz hier rein Also Leute dass ihr seht Ich weiß nicht Ich hoffe ihr seht Dass die Performance so So schlecht ist Ich hoffe ihr könnt Ich hatte gerade ich habe Schritte gehört Geh mal hier rüber Also es ist halt wirklich So ein bisschen so Keine Ahnung Ich stelle mir immer vor Dass man so gegen siebenjährige spielt Die so Kein Geld haben Sich das Kein Geld wahrscheinlich Oder Fortnite ist kostenlos Ja moin Ihr wisst was ich meine so Manchmal denkt man so Es macht so gar keinen Sinn Weil es halt so eine schlechte Performance hat Ich glaube wenn man das einmal woanders spielt Dann würde man das hier nie wieder spielen wollen Alter was ist das für eine Kiste Heavy Snipe und Jug Jug Alter Ich kenne dieses Dynamit noch nicht mal Leute Ich kenne das nicht mal Also deswegen keine Ahnung Ja warum das Ob das gut ist oder so Im Übrigen hier Man muss echt sagen Sony hat hier echt gute Abenteuerung Hinten ist noch nicht ganz perfekt Aber ich muss auch noch duschen davor Aber hier so Seiten auf Null So gefällt mir ganz gut Deswegen Der Bart sieht deswegen auch ein bisschen länger aus Bei Instagram habe ich das auch gepostet Viele haben mich schon gefragt Wieso mein Bart Jetzt warum ich so lange Bart auf einmal habe Klar ich habe ihn ein bisschen länger wachsen lassen Aber der wichtigere Punkt ist halt einfach der Dass der Kontrast natürlich Wenn die Haare kurz sind Ein ganz anderer ist Ist ja klar Mit den kurzen Haaren sieht der Bart natürlich umso länger aus Und jetzt würde ich sagen Gucken wir mal was hier oben noch in der Chest drin ist Okay Also Movement geht sogar einigermaßen klar würde ich sagen Diese Ballons die muss ich nochmal kennenlernen Die checke ich noch nicht ganz So jetzt muss ich wieder hier mit A austauschen Okay gut Na gut Gehen wir nochmal da rüber Gegner ist natürlich richtig Action bisher Wir müssen noch kurz die Zone abchecken Ja das ist okay Ist nicht so weit Boah es dauert noch voll lange bis die Zone los geht irgendwie So erstmal jetzt 300 Holz haben wir Okay Hier ist kein Chest drin Oh Komm wir bauen hier noch ein bisschen Holz was ab Nehmen wir den Biggie mit Und oben haben wir noch ne Chest Also das ist eigentlich stabiler Loot Kann sich echt nicht beschweren Wie gesagt wenn ich jetzt ziltet gegangen wäre Je mehr Gegner an einem Ort sind Desto mehr lag das Also das kann man halt vergessen Deswegen bin ich jetzt hier gedroppt Und das halt jetzt relativ in Ruhe Ich mach das jetzt aber so Leute Weil ich das Diese Ballons kann damit nicht umgehen Wenn ich mich nochmal mit Fortnite richtig beschäftige Werde ich jetzt natürlich lernen damit umzugehen Ist klar Hier da ist ein Flugzeug unter mir Ist es gefährlich wenn ich fliege Ah ja ok es ist gefährlich Ich kenn das ja noch gar nicht alles Das wird mich natürlich jetzt verfolgen Okay wir fliegen jetzt einfach mal entspannt Hier irgendwo hin Da ist das Flugzeug irgendwo Ja ihr seht schon die Performance ist Hinten und vorne klappt das nicht Boah es lag wirklich ganz schlimm Ist das da Ist da ein Gegner im Busch? Der hat auf jeden Fall die Farben der Busch Ich weiß nicht ob das heißt Ist da ein Gegner drin ist Oder Ne so ein Weihnachtsbusch ist das Hier habe ich auf jeden Fall ein Fahrzeug Also das Aim ist so schwer hier Weil es so laggt Ja jetzt habe ich das Fahrzeug beschädigt Den Typen aber leider nicht Was? Okay nice Ausgeknipst den Dude Nice heavy AR Ich glaube wir gehen da jetzt mal hoch Vielleicht sage ich auch manchmal aus Versehen Was mir gerne mal rausrutscht ist Dass ich Wii U sage Statt Switch Hat sich das jetzt gelohnt? Hatte der überhaupt Ressourcen? In diesem Auto kann ich auch nicht umgehen Ich habe Angst vor diesem Typen da Hier unten ist ein Dude auf jeden Fall Okay den holen wir uns Das lag so heftig Leute Also seht ihr das mal was ist das? Alter was baut der hier? Der Dude ist ja geisteskrank Ach du scheiße man Ich würde sagen wir trinken das jetzt erstmal auf ganz entspannter Basis Okay Leute Also alles stabil würde ich sagen Ich habe zwar keine Mads Aber scheiß drauf Wer braucht schon Mads? Muss ich weit laufen? Ja geht Das sind zwei Gegner Okay die haben beide einen richtig schönen Schuss kassiert Okay ich sehe die halt nicht ganz Okay das war gut gebaut für Switch Weil es halt trotzdem so laggt Das ist so schwer zu treffen Leute Das ist so krank Oh mein Gott Das war so schwer jetzt Ja das war's Ja das war's okay Sieben Sechs Fünf Vier Drei Was? Nicht weil der Timer funktioniert So Leute nächste Runde ist am Start Ich würde sagen wir gehen nach Paradise Das wird bestimmt nicht laggen da drüben Let's go Ach schön Ja Leute Da sind wir wieder Sind wir wieder da Ich habe mich umgezogen seit der letzten Runde Weil die gestern war Tja Also bis jetzt Man muss bei einem Experiment Ein Experiment hat ja auch am Ende immer ein Fazit Wenn ich das Fazit jetzt mal anfangen würde würde ich sagen Das ist wie damals wirklich Als wir COD gespielt haben Also das Black Ops 2 das ging Auf der Wii U Es war auch nicht Black Ops 3 wie ich vorhin gesagt habe Es war Black Ops 2 das ging Aber das hier fühlt sich so ein bisschen an Wie diese Diese alten Teile Alter Alter Das hier fühlt sich so ein bisschen an Wie die Dieses Black Ops 3 auf PS3 Ja das trifft eigentlich ganz gut Ah er ist gut hier Der gefällt mir Nein Mann es bleibt so heftig Vincent Jetzt wird Vincent auch noch geholt Ach Freunde Also wirklich Es fühlt sich so ein bisschen an Wie So Hingerotzt Irgendwie Klar die Switch Ist jetzt auch nicht mehr die jüngste Konsole Das glaube ich jetzt auch schon 1,5 oder Ne 2 Jahre Ist glaube ich auch schon alt Und Fortnite ist natürlich ein Ressourcenfresser Aber das ist wirklich krass Also das ist wirklich Ich fand jetzt schon die PS4 Performance Zwar immer relativ Hat immer ziemlich gestruggelt Aber Das ist wirklich Neues Level Freunde Ich glaube das schlimmste Gefühl ist zu wissen Dass ich die ganze Zeit so von 8 Jährigen Vergewaltigt werde Deren Köpfe sind noch so jung Die sehen diese Lags gar nicht Nehmen das gar nicht wahr Und ich hab wie gesagt sogar schon Das Spiel von 1080p auf 720p runtergestellt Das heißt es sieht noch schlechter aus Weil es dann hieß Es wird ne weniger laggen Alles klar Digga Habt noch nichts davon mitbekommen Tja moin Wisst ihr was Leute Egal Egal Wir machen einfach ne Tilted Landung Wir machen jetzt einfach ne Tilted Landung Scheiß drauf So ich hab mich ja Vielleicht habt ihr meinen sehr lustigen Gamertag schon gesehen Wenn ja dann lass auf jeden Fall mal ein Like da Also ich gucke die ganze Zeit unten Wie die Leute so heißen Und das sind eigentlich alles Namen Von denen man keine Angst haben muss Aber Am Ende Der Schrei Am Ende des Tages Wird es dann sowieso jetzt wieder so sein Dass die mich komplett auseinander nehmen Weil die die Lags einfach selber gar nicht sehen Ohne Scheiß Boah Bruder muss los Alter Es gehen sogar hier viele Tilted Die Troy hat ne hier übelst Ich wüsste nicht immer Ich würde nicht mal jemanden kennen Dass ich hier nen Skin kaufen wollte Ich hab nix gegen Switchspieler ne Leute Aber Ich hab's einfach schon auf ner anderen Plattform gespielt Alter Uiuiui Uiuiui Performance Oh Gott Bitte Ja solche Gegner will ich Nein Wo ist der Dud da drüben Okay Leute Das ist schon ne Frecke Dass ich den ersten Kill nicht bekommen hab Okay Den Sippen war jetzt mal Freunde Ich höre jetzt schon Schritte die auf mich zukommen Aber wir zocken auf sie mich jetzt nicht holen Wir trinken den jetzt einfach mal entspannt Wir haben ja die Zeit Ist der Typ über mir oder unter mir Na jetzt baut er sich grad hoch Boah er macht ja richtig ernst Der macht ja richtig ernst Der Typ Mein Kill Gib ihn mir Mann Es leckt so heftig Ey Ich hab selber jetzt nicht gecheckt Wie ich ihn gekriegt hab Wo ist der Ich höre ihn so Ich höre ihn eigentlich gut Nein Nein Ich kann nicht einordnen wo er ist Ich höre ihn hier irgendwo Ich muss aufpassen Er hat sein 8 jähriges Gehör Ist locker Bereit Alter Ja Boah Ich hab tatsächlich Überlebt Bis hier hin Zumindest Ja Also ihr seht Ich hoffe man sieht es Ich hab den ersten Teil schon geschnitten Und da hab ich schon gemerkt Man sieht es nicht mal so richtig In den Aufnahmen Ich will dass ihr das Light Verstehen könnt Ihr bist da Geteiltes Light Ist halbes Light Und das trifft halt wirklich darauf zu Ach er glaubt mir keinen Dass es lag Ah da hab ich einen gesehen Ich weiß nicht mehr was das ist Warum Was ist das jetzt für ne Musik Vielleicht kann ich ihn mit dem Jagdgewehr einholen. Wenn er da jetzt rauskommt? Ne, dann würde ich ihn nicht mal anschießen können. Toll, er kommt raus. Mach kaputt. Ach du Scheiße. Nein. Muss mich einmischen, muss mich einmischen. Ach du Scheiße. Mann, er baut da die ganze Zeit. Ich hab ihn wieder angeschossen. Mann, Leute. Er macht richtig hier auf Editing Pro. Mann. Ah, jetzt übertreibt er. Guckt euch den Typen an, wie ernst er macht. Was? Ich komm nicht klar, Digga. Okay, ich kann nicht mehr bauen. Okay. Wo ist der Pro hier? Ich hör ihn hier irgendwo. Hier ist eine Falle drunter. Digga, Leute. Mann. Digga, guckt euch den Typen mal an, wie ernst er macht. Er ist der beste Spiel, er ist der beste Spiel der Welt, Leute. Er ist der, er ist der beste Switchspieler auf dem Planeten Erde. Ich mein's ernst. Ich wurde gerade von einem 8-Jährigen so hart auseinandergenommen. Haha. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht erstmal für das Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Da würde ich mich drüber freuen. Äh, ich mach, wenn ihr Bock habt, noch eine neue Episode. Äh, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Könnt ihr mal gucken, was wir noch so machen können. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao. ARD Text im Auftrag ALTER